hallo und herzlich willkommen zu einer runde jumpy run zwar ist das erste event auf dem was man aufnehmen darf und ja wir sind hier gerade in dieser komischen links gestartet das ist ein bädchen das hat nicht mehr wo ich gestartet bin ja wo bin ich denn gestartet immer bin ich gestartet auf jeden fall stand da finde einen weg von der mauer das problem sein ich werde darüber ist das ich bin drüben so einfach ist das darf ich nicht lang ich bin nicht abbauen darf nicht lang krieg mir aber nichts dann gehen wir mal den weg ja und mit shader und mit map auch wenn die map eigentlich jetzt keinen sinn macht wie macht man die denn noch mal aus kann da aus ich will das auch nicht an das brauchen wir gerade nicht so jetzt sind wir hier ich weiß nicht wie lange die ganze scheiße wird deswegen erst mal da gucke ich erst mal wie ich das aufnehmen ob ich das alles auf einem aufnehmen und so wenn das passiert dann will ich gar nicht weitermachen oh gott das schreibt man es so wie ich hatte ich muss man meinen auch wenn so die facecam nicht so cool ist mein mikro hoch machen damit man nicht so die tastatur gehört weil es ja auch immer so eine sache ist ja super es klappt ja richtig doll scheiße ich weiß gar nicht wie viel stufe es gibt deswegen das wird klappt ich will doch nur ich hoffe meine tastatur ist nicht zu penetrant ich mag äpfel difficulty easy 27 jams direkt runtergefallen ähm ach ja und heute weiß ich gar nicht ob morgen irgendwann ist die cold water challenge online gang von der ich gesprochen hatte äh ja passt eigentlich gar nicht auf meinem channel aber da kein anderer einen youtube doch einer hätte noch einen youtube channel gehabt aber ist egal da ich das geschnitten habe auch hab ich das einfach von mir hochgeladen ja hat nichts mit der space zu tun hat eigentlich überhaupt gar nichts also schon was mit mir zu tun ich verkacke hier schon bei easy ich bin nicht gut ähm ja also eigentlich also eigentlich ja es muss halt irgendwie hochgeladen werden dann könnt ihr mal googeln ach dann bleibe ich immer an der ecke hängen könnt ihr mal bei ähm oh man das stehe ich gerade auf schlau ich weiß nicht mehr sagen kann ähm könnt ihr mal ein bisschen nach cold water challenges suchen falls ihr nicht wisst was das ist so im prinzip geht es darum dass man ähm nominiert wird wie bei text quasi ähm da muss man halt irgendwas im wasser machen wenn nicht muss man die andere gruppe die einen nominiert hat zu einem grillfest einladen wenn man das nicht macht und die und du selber was ich mach was egal ähm du selber musst nein das gibt's doch nicht ähm du selber musst halt ähm auch wieder drei nominieren und so weiter halt wie ein tag im prinzip also ich hab das gefühl dass wir das hier ähm ein paar mal cutten müssen aber hab ich nur so im gefühl ach da hätt ich nicht springen müssen oh mann ich bin der wehste around ich bin ein jump in ran ah jolo ah ich 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 befürchte man hat die scheiß tasten ich komm nicht klar meine finger oh hm ich hab Angst ähm meine tasten zu krasse rücken wie man hört das glaube ich man sieht es in der audiospur ähm ja kann ich nichts gegen ändern ich hab halt eine metalische situr die ist halt ein bisschen lauter mann was macht denn das so ich weiß nicht ich hab irgendwas gefühlt das würde ich ohne shader besser klar kommen gucken wir mal ok ok mein blog hingeln und kam auch eine zeitlang nicht weil irgendwie auch nicht so viel auf dem server los ist also sehr schade finde weil das eigentlich coole Sache ist aber naja was soll man machen mc together ip fangen wir jetzt auch bald wieder an wir hatten ja eine kurze schaffungspause quasi und ja wir sind hier auch jetzt drin auch wenn sie noch nicht bei mediacraft sind aber sich auch geworben haben aber oh mein ohja 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 oja ohja 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 um was jetzt mal vergessen hat er ist auch bei diesem video also das mal ein Video was sagt er wird zu der Qualität wegen ob man das nur ein schwerer Sprung oder was mit der Qualität von Open-Walk-Caster der Fliege sitzen Leute damit er erst also ich finde wenn wir jetzt ich werde die es ist einfach total einfach für mich mit der Facecam deswegen werde ich die will ich auch erst mal weiter aufnehmen damit oh man das gibt es dann nicht, alles super easy hier oh ja Difficulty Advanced, Advanced oder? wir haben erst 9 Minuten, mal gucken ob wir da so einfach durchkommen oh nein oh nein das sind leider schonmal oh 4er Sprüge oh ja, habe ich durchaus schon die ja, was? äh, was? oh dieser Strahl runterlaufen mal jetzt um die Ecke hier aber ich finde es cool, dass es Events gibt, das macht es ganz abwechslungsreicher aber nein und ja und ja ich werde auf jeden Fall, ähm, die Events nicht aufnehmen kann komplett aufnehmen aha wir hatten jetzt ein Spawn-Bau-Event da durfte man vorher nicht aufnehmen wegen, äh, weiß ich nicht wegen, irgendwie dass nicht alle äh nee das das erst rauskommt wenn alle fertig sind bla 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 oh ich habe irgendwie andere schon was gerade boah, da müssen wir meine Beine umstellen ach ach ich bin auf meinem Mund hier rum weil ich mich konzentriere äh ich bin Stapfen äh ich bin Teddy Letzbe äh ich disse mich selber äh ach oh, es macht mich fertig es macht mich total fertig ach fickt euch doch ins Knie, ey oh ich mach ja nicht äh was ah ok jetzt muss man nur noch schicken hier hat 28 Spuren, was sind das? ach 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 ne ach ne ach ach ne die schwitzigen Hände ach leite Mann, ich spring mal vor die Kante äh so 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 hä, ich glaube ich habe den Schwung nicht ich fühle mich verarscht ich weiß nicht, ob das richtig ist äh und jetzt? ich weiß nicht, ob das richtig ist ja doch ja doch scheint mir so oh ne oh ne oh ne okay ich will erstmal ein Brot essen oh Gott verarschen ich schaff's immer beim ersten Mal und dann nicht mehr ähm ich hasse diese Sprünge, obwohl was über einem ist das geht einfach gar nicht abgefuckte Scheiße ich will da jetzt durch äh hä das ist nicht machbar man man irgendwas anders ne man kann doch gar nicht da hoch man kann doch gar nicht da hoch wie soll man das denn so jetzt äh mann die Scheißchen hier kann ich das abbauen hier natürlich äh äh oh man man kann doch gar nicht abschwingen wie soll man das denn machen? ich krasse aus ich krasse aus ich krasse aus ja mhm einfach so teilen ich bin ich richtig schlau ja da der Schwinnbock ich krasse aus ey leute was ist denn da los ne ich krasse aus ich krasse aus wieder hoch wie geht mir das? wie geht mir das? gibt es doch nicht es war alles zu locker KI geht bis hier hin. Mal cutten. Wie soll man denn das schaffen? Na, da kann der kommen. Na, da kann der kommen. Okay, wir machen hier mal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.